Was geht ab? Wir haben den 08.06.2019, es ist egal, und mein YouTube-Kanal Burnout der Fahrrad, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, 1730, 31, 32, irgendwie sowas, Abonnenten, Klicks, wow. Ich habe gerade nicht so den Fokus auf YouTube leider, aber okay. Okay, nichtsdestotrotz fahre ich gerade auf die Arbeit und habe noch 5 Minuten und habe eben gerade, ja, was heißt eben gerade, das ist ja schon seit gestern noch ein bisschen, der Name kursiert ja schon ein bisschen so bei Transfermarkt.de, aber jetzt ist es so, irgendwie gibt es so Quellen anscheinend, ja, liebe Leute, ja, der eine Jovic ist weg, ja, da beschäftigt man sich schon mit dem nächsten Jovic, fast wortwörtlich, ja. Hier ist diese Stelle, wo ich dieses Mädchen kenne, das hier so als Jungfahrt wurde, unfreiwillig, ja, das ist richtig. So, jedenfalls, ja, Dejan Jovelic, Jovelic, ich habe keine Ahnung, verdammt scheiße, wie spricht man das auch, sagt es mir gefälligst, ja. Ja, man beschäftigt sich anscheinend mit dem 19-jährigen Nachwuchstalent aus Belgrad. Soweit man davon hört, soll er ja in deren Kreisen, also national so sehr hoch gelobt werden, soll eigentlich der perfekte Jovic-Ersatz sein, so wie ich es mitbekommen habe, ja. Ja, körperlich soll er noch nicht ganz so hundertprozentig stabil sein, wie Jovic, aber ansonsten steht dann Jovic nichts nach, ja. Ist 19 Jahre alt. Und, ja, ich dachte, ja, das klingt ja alles super. Dann habe ich mir ein Bild von ihm angeguckt. Da dachte ich, oh, 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 Gucci, 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 dachte ich mir, ja, verdammt scheiße. Sieht ein bisschen noch so aus, als würde er unter seine Shorts, mit denen er spielt, noch Pampers tragen, ja. Ja, wirklich, also sieht ein bisschen so aus. Egal, Gucci, Gucci, Gucko, mach mal ein bisschen, ja. Ist mir auch egal. Und wenn er sieben Jahre alt wäre, wenn er Tore schießen kann, kann er Tore schießen, ja. Und dann ist er natürlich herzlich willkommen hier in Frankfurt. Ich persönlich kann aber jetzt nicht so viel zu ihm sagen. Ich bin nicht so der Weltenbummler in Sachen Fußball, ja. Ich liebe Eintracht Frankfurt, ja. Und mit Eintracht Frankfurt kenne ich mich aus und beschäftige mich. Aber so alles, was drumherum auf der Welt passiert, so wenn es sich unmittelbar mit Eintracht Frankfurt zu tun hat, ja, man kennt den einen oder anderen Spieler. Aber ich bin ja jetzt kein Hobby-Scout, der kein Leben hat und den ganzen Tag auf Transfermarkt sitzt und die achte indische Liga nach irgendwelchen Spielern durchsucht, wo die Statistik sagt, okay, der hat fünf Tore mehr geschossen, ja. Tut mir leid. Deswegen jetzt fordere ich jeden Jugo-Experten hier auf bei uns, bei WernerTV in der Community, zu schreiben, ja, für mich, mich zu informieren, was er kann, was er nicht kann, ob er gut ist, ob es sich lohnt, ihn zu holen oder nicht, ja. Es kursieren ja irgendwelche Summen, dass man 10 Millionen für ihn fordert. Andere sprechen von, also Hoffenheim wäre auch mal dran gewesen, 3,5 Millionen hätten die mal Angebot gemacht oder sowas. Andere sagen, man würde sich in der Mitte treffen bei 7 Millionen. Ich sag mal so, 10 Millionen, egal wie hoch die Inflation ist und die Explosion des Geldes im Fußballbusiness, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der noch nie was gerissen hat, 10 Millionen direkt nach der ersten Station, erster Wechsel. Dass er 10 Millionen kosten würde, so, der muss sich erstmal beweisen, ja. Und das macht er mit dem nächsten Schritt, eventuell jetzt bei Eintracht Frankfurt. Und da sollte die Ablöse sich einpendeln, so, was weiß ich, zwischen 3 und 6, 7 Millionen. Das ist so, glaube ich, heutzutage, das ist so das neue Ding, was man so für Talente zahlt. Da haben wir ja auch einen Dicker gesehen, der auch so um 6 irgendwas gekostet hat. Ich denke mal schon, ja. So, des Weiteren gab es ja noch ein Gerücht zu diesen Racer, Morales, 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 ihr wisst schon, diese eine, Kolumbiana ist der, spielt in Schottland bei den Rangers, glaube ich, ja. Interessant, aber, also bei Juviljic oder wie der heißt, ja, habe ich ja bei Transfermarkt gelesen, habe ich einige Leute den schon gewünscht, sehr gerne gewünscht zu Eintracht. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen an sich. Diesen Moralapostel, das weiß niemand, also den kennt niemand, soweit ich weiß. Aber laut seiner Statistik ist er ja überragend. Ich weiß, es ist nur die schottische Liga und sowas, aber auch in Schottland spielt man körperbetont. Ich meine, es ist ja da hinten diese Ecke Großbritannien, Schottland und Wales und England und alles sowas. Da spielt man schon mächtig so und ist anscheinend so gut für die Liga, weil er in, was weiß ich, sagen, keine Ahnung, jetzt mal so hochgerechnet auf 30 Spielen hat er da irgendwas mit ein paarundzwanzig Torbeteiligung, ja, das ist schon überragend. Da habe ich mir den angeguckt, boah, ich musste so lachen, ich musste so lachen. Ey, der sieht einfach aus, Prototyp, wie so ein, äh, aus der Profikiller Garde von Pablo Escobar. Eins zu eins, der sieht einfach aus wie ein Profikiller von Pablo Escobar, ja, Weltklasse. Das hat mir so gut gefallen, wie ich gesagt habe, der muss zur Eintracht kommen, ja, den will ich unbedingt bei der Eintracht sehen. Was passiert hier? Warum sind hier eine Million Parkplätze frei? Ich verstehe das nicht. Von meiner Arbeit ist alles frei. Das gab es ja noch nie. Naja, nichtsdestotrotz möchte ich das so haben, liebe Leute. Und, äh, was heißt, möchte ich so haben? Ja, ich weiß gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Das würde mir sehr gefallen, es würde mir sehr gefallen, ja. Das ist, äh, ja, ein Profikiller, gefällt mir. Ja, der ist zwar, und nicht nur, dass er aussieht, wie ein Profikiller, das spielt auch wie ein Profikiller, weil er irgendwie, äh, unglaublich viele Rote kassiert. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, wieso. Das kann immer blöd laufen, ja, haben wir auch diese Saison gesehen bei Willems und so. Das ist ja auch kein Töter, äh, keine Killermaschine eigentlich. Aber es passiert, ja. So, liebe Leute. Scheiße, ich muss es leider spontan abbrechen, weil ich bin, äh, extremst hier am Arsch, ja, zu spät. Deswegen, schreibt mir ruhig. Vielleicht habt ihr noch andere Gerüchte gehört. Was sagt ihr zu diesen zwei Spielern? Ich kenne sie nicht. Wenn jemand sie kennt, schreibt es mir unter das Video. Ich bin sehr gespannt, äh, wenn wir jetzt endlich verpflichten werden. Ja, es wird langsam Zeit. Eintracht war verbraucht auch meine neue Verpflichtung, ja. Also, bitte, ja, danke. Tschüss.